Der gute Hirte und die Politiker Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken, zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute aus dem Johannesevangelium diese Worte Jesu. Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus spricht hier von den Herrschern der damaligen Zeit, ja, von den Politikern. Diese haben sich wenig ums Volk gekümmert. Er ist eher ausgebeutet, als ihm gedient. So wollen wir heute besonders für unsere Politiker beten, damit sie die Gesinnung des guten Hirten Jesu annehmen. Sich von dieser Gesinnung leiden lassen und wirklich dem Volk dienen und es nicht zugrunde gehen lassen. Seit ein paar Wochen widerstrebt es mich, Nachrichten anzuschauen. Ständig ist dort von Waffenlieferungen an die Ukraine die Rede. Wer sich daran freut, ist sicher die Waffenlobby. Wer schrecklich darunter leidet, sind all die Menschen, die verletzt oder getötet werden. Und eines ist sicher, je mehr Waffen wir in die Ukraine liefern, umso länger kann dieser grausame Krieg dauern. Nun meldete sich auch Papst Franziskus zu Wort. Er wagte sich, genau das offen anzusprechen. Als Gründer für den Krieg machte er den Handel mit Waffen aus. Einen Skandal, dem nur wenige widersprechen würden. Er wolle das Recht auf Selbstverteidigung nicht grundsätzlich in Frage stellen. An der Sinnhaftigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine zweifle er aber sehr. Jesus selbst bezeichnet sich als Tür zu den Schafen, durch die alle Hirten, das heißt Priester, Lehrer und Politiker gehen sollten, um wahrhaftig gute Hirten für das Volk zu sein. Das wiederum bedeutet, dass wir die Gesinnung Jesu annehmen sollten, die wir aus der Bergpredigt, besonders aus den Seligpreisungen kennen. Wie Jesus sollen alle Hirten Diener und nicht Herrscher sein. So lade ich euch heute ein, Fest für unsere Politiker zu beten, damit sie die Waffen ruhen lassen und im Licht der Liebe Jesu eine friedliche Lösung anstreben, um den Krieg möglichst bald zu beenden und Hungersnöte in der Welt zu vermeiden. Jesus, wir bitten dich heute für all unsere Politiker. Lass sie gute Hirten sein, die sich wirklich nach dem Evangelium ausrichten und durch die Türe gehen, die du selber bist, um die Menschen zu retten und sie nicht zugrunde zu richten. Und im Namen der Kraft Jesu Christi von Nazareth, der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirchen, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, der Gnadmutter von Altötting, des heiligen Bruder Konrad, des heiligen Judas Thaddeus und aller Engel und Heiligen des Himmels, des Binde, Brechen und entmachtig alle Flüche, Verwünschungen, negativen Festlegungen, die euch, eure Familien, eure Wohnungen und Arbeitsstellen getroffen haben und setze euch frei davon. Dem Namen Jesu Christi von Nazareth renne ich alles Negative von euch ab, was euch von Menschen, Dingen oder Orden übertragen worden ist und berge euch in den heiligen Wunden Jesu, der Liebesflamme Mariens, im Kraftfeld der vereinten Herzen Jesu und Mariens. Und so segne, heile und schütze euch, der allmächtig und liebende Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Durch allen Menschen einen gesegneten und wunderschönen Tag mit Jesus.